Hallo und herzlich willkommen in der Rubrik Tipps und Tricks in unter fünf Minuten. Wenn ihr das Problem hat, dass eure Kamera die GPS-Daten in den Fotos nicht abspeichert, dann kann es unter Umständen an den Einstellungen liegen. Dazu geht ihr einfach auf Einstellungen im Menü. Dann scrollt ihr hier an die Stelle, wo der Datenschutz eingestellt werden kann und wählt Ortungsdienste an und hier findet ihr nun einen Eintrag zu den Programmen, die den Ortungsdienst verwenden wollen und irgendwo taucht auch das Kamerasymbol auf. Hier ist die Kamera und dort könnt ihr einstellen, dass entweder nie diese Standorte aktiviert werden sollen oder beim Verwenden der App und wenn ihr die Ortsinformationen in den Fotos haben wollt, dann klickt beim Verwenden der App an. Das war's und das war auch der Tipp in unter fünf Minuten. 78.3 Uhr 40.00 Uhr Untertitelung des ZDF, 2020